Pure Velvet oder auch Pure Velvet, wie ich verbessert worden bin, aber nagelt mich bitte nicht auf meine Französisch fest, ist unser neuer Wein aus dem Langedoc von Sierdac. Sierdac kennen viele bei uns bestimmt durch den Cremant 1531, einer unserer Bestseller im Bereich Schaumweine. Aber Sierdac ist natürlich vor allem eins, ein sehr gutes Weingut. Und so machen sie nicht nur hervorragende Cremants, sondern auch gute Stillweine, so wie den Pure Velvet, Pure Velvet oder auch reiner Samt auf Deutsch. Finde ich übrigens einen hochspannenden Wein, weil hier stimmt das Gesamtprojekt. Es ist eine schwere Flasche, ein cooler Name und ein Etikett wie Samt, ganz samtig weich und das Pure Velvet ist auch so wie eingestickt. Und natürlich auch ein beeindruckender Inhalt. Der Wein dazu passt wie die Faust aufs Auge. Er ist fruchtig, er ist ausgewogen und hinten raus hat er so ein bisschen die Betonung der Tannine. Tannine, ihr wisst, Gerbstoffe, das was euch beim Trinken so ein bisschen die Backen zusammenzieht. Aber in diesem Fall nicht unangenehm, sondern passt toll zum Wein, passt toll zum Gesamterlebnis, die dieser Wein aufbringt. Fruchtig ausgewogen, kennt ihr sicher von Primitivus zum Beispiel. Der hat auch wenig Säure, ähnlich wie beim Primitivo, aber durch diese Tannine hinten raus ist er einfach so ein bisschen, hat er noch so ein bisschen Kante und hat auch noch ein bisschen mehr Würze. Ist natürlich auch trockener als die meisten Primitivus. Also insgesamt macht der Wein einen sehr erwachsenen Eindruck. Nicht so glatt gebügelt ist sein Tannin, aber auch nicht kantig, schwierig, da er eine schöne Frucht hat und von seiner Frucht auch lebt. Der Wein ist übrigens reinsortig aus Marcellan. Marcellan ist eine Kreuzung aus Cabernet Sauvignon und Grenache Noir. Idee dieser Züchtung von 1961 war es Cabernet Sauvignon ähnliche Trauben zu kreieren, die aber widerstandsfähiger sind als Cabernet Sauvignon selber. Die kleinen dickwandigen Marcellan-Trauben hatten aber ihren eigenen Kopf und waren irgendwie so gar nicht Cabernet Sauvignon und so wurde dieser Kreuzung lange, lange Zeit keine Aufmerksamkeit geschenkt. Schade eigentlich. Das war mein allererster reinsortiger Marcellan und ich muss sagen, ich war echt begeistert. Und jedem, dem ich ein bisschen was von der Flasche abgegeben habe, und ich habe nur ein bisschen abgegeben, weil der Wein war echt gut, der fand den auch echt mega und war auch begeistert. Jetzt seid ihr dran. Seid ihr auch begeistert von dem Wein? Mal Lust auf was Neues? Ich weiß es nicht. Aber jeder, der Wein trinkt, ist auf einer Reise. Auf einer Reise durch die Genusswelt. Und ich kann euch sagen, dieser Tropfen ist ein Stopp wert.